Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Und der Patient sitzt in seinem Stuhl in der Praxis und sieht plötzlich den Spruch, wenn du etwas erleben möchtest, was du noch nie erlebt hast, musst du, und da bricht der Satz plötzlich ab, er merkt aber, da ist noch was Rotes. Und er muss also auf jeden Fall jetzt aufschwimmen, sich hinüberbegeben und sieht etwas tun, was du noch nie getan hast. Ah ja, wenn du etwas erleben möchtest, was du noch nie erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Und schon ist er in der Aktion drin und so ist es auch in seinen Gedanken fest verankert. Dass auch bei euch solche Dinge fest verankert sind, die etwas Neues in euer Leben hineinbringen, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. ... ... ... ... ... Vielen Dank.